Guten Morgen und willkommen zu einem Anfang einer Serie, ja ist ja gut, die ich dachte wieso mal nicht. Die All Hero Challenge. Ich habe zwar schon mit ein paar die gemacht, weil ich damals noch nicht richtig aufgenommen habe, aber es sind noch sehr viele Heroes übrig und ich werde auch durchgehen bis ich wieder beim ersten angekommen bin. Ich fange mal an mit tatsächlich mit Visage, Visage, wie auch immer man den ausspricht. Das ist mir eigentlich scheißegal als Supporter. Das wird schon. Und wir gehen auf die Safelane und ich denke ab und zu mal ein bisschen roam. Ich bin noch nicht sicher. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie man den spielt. Das ist so unglaublich lange her, dass ich den gespielt habe und das auch nur zur letzten All Hero Challenge, die ich gemacht habe. Läuft. Ja, Punkt. Da muss man jetzt nicht, woher muss man das mehr sagen. Ja, Visage hat halt ein paar Fähigkeiten, mit denen ich so ungefähr umgehen kann. Die Familias, da bin ich überhaupt komplett scheiße im Micromanagement drin. Ich kann Tower pushen, ich kann die ein bisschen zum Stun nutzen, aber vielmehr auch nicht. Visage, ich denke, es ist besser, dass es mit Botman geht, weil hier muss es nur ein Hero sein. So können wir mit einem Hero sein. Es ist besser, dass es mit Silencer helfen kann. Wenn er das so haben will. Was auch immer der Carry sagt. Ja, ein Disconnect, geil. Sieht man meine Kamera? Ja, man sieht meine Kamera. Ha, gestern hatte ich ein bisschen Probleme beim Aufnehmen. Die hat so ein bisschen geschläht, die Kamera. Das ist ganz komisch gewesen. Keine Ahnung, warum. Hm, passiert. Ganz komisch fand ich das nur, ähm, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Wenn man, ich sage jetzt mal auf meine Hearthstone-Szene wechselt, dann habe ich ja auch das gleiche Videoaufnahmegerät. Quasi die Einstellung bei OBS. Aber die kann man das nicht haben und ich weiß nicht warum. Ich weiß halt absolut nicht warum. Indie kann man cool hören, ich weiß es nicht. Egal. Einmal Auge kratzen. Wieso bewegt sich der Visage nicht? Ist das normal? Eigentlich habe ich das eingestellt, dass die sich bewegen. Das ist komisch. Wenn ich jetzt auf den, den wieder gehe. Habe ich das nicht eingestellt? Ich guck mal kurz. Äh, Einstellung. Ähm, Grafik? War das unter Grafik? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht alles komplett hochgeschaut. Das ist ja alles gut, ist ja alles gut. Ich nehme mir das Portrait an. Das ist komisch. Ich hoffe die kommt. Aber bis dahin haben wir ja Zeit uns zu unterhalten. Über die wichtigen Dinge im Leben. Oh Gott. Entschuldigung. Oder ist das jetzt nur weil Pause ist? Ich habe keine Ahnung. Gibt es eigentlich Items für Visage? Visage Visage? Das würde mich mal interessieren. Ja, und jetzt kommen die Endpause. Ach eh, nimm mal. Ja, gut. Äh. Äh. Ja. Kann ja auch nichts machen, ne? All zu lange warten ist ja auch scheiße. Oh Gott. Ja, dann Pause ich mir halt. Ist nicht schlimm. Passt schon. Gucken wir so lange auf ein paar Items, was die anderen haben. Der sieht nicht schlecht aus. Skyrave. Okay. Aus beiden Tieren gibt es jetzt welche, die keinen Bock mehr haben zu warten. Heißt, es wird weiter gespielt. Auch wenn es ein bisschen assi ist. Mit Purpose. Viel länger warten wird sich glaube ich nicht lohnen. Auch wenn der wiederkommt. Man weiß halt nicht, ob der wiederkommt. Oder nicht. Nicht schlecht. Ah, fack. Nye 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 nye... Uuuaah? Puuu. Puuu. ich habe nicht gerechnet das ist überhaupt nicht gerechnet das wird dann noch ein ein wenig die Krebs herziehen spalten Einmal kurz den Ward aufstellen, damit ich Platz im Inventar habe. Hm, ja, das geht schon passen. So, was für Talente hat er eigentlich? Schaden, Zauberreichweite, zwei Ziele. Zwei Ziele? Cool. So, es gibt ein bisschen Familiars Schaden pro Aufladung, so, es gibt schon ein Familiar oder wieder Aufladenzeit für... ...Magnon und Kloak. Wett, wie heißt der Gravekeeper's Kloak? So, das ist doch. Ach, Windridge ist wieder da, okay. Hätte man nicht erwarten können. Das ist perfekt. Und weg ist sie wieder. Ha! Das ist schon witzig. Aber ganz ehrlich jetzt, na, da kann man jetzt nichts machen. Wenn die jetzt immer Verbindungsanbrüche hat, da werde ich auch keinen Bock mehr drauf haben irgendwann. Und ich bin schon ein sehr geduldiger Mensch, was das betrifft. Na ja, es war ein bisschen zu spät. Na ja, ist okay. Ich guck mal, ob ich den SF kriegen kann. Ah, ich weiß nicht. Oh Gott, natürlich folgen die mich. Ne, einmal wieder zurückbringen. Hier. Viel Spaß damit. Ich werde sie finden. Ich muss. Ja. Hier ist Verständnis. Okay. Aus meiner Wille. Oder zu ihnen. Mit Wurzeln. Gibt es hier eine ohne? Und erst mal die natürlich. Gibt es hier eine ohne? Das ist hier die Frage. Nö. Die ist top. Ist Gareth die ganze Zeit mit oder wer? Sieht so aus, oder? Jo, ist okay. Kann man mal machen. Oh Gott. Das Ding ist ein Verbindungsabbruch, das muss nicht unbedingt eine Niederlage bedeuten. Ich gehe also ein bisschen den Eligma suchen. Geh mal wieder zurück, ich glaube der braucht das eher als ich. Den hier zur Sicherheit dahin machen. Ja wo ist denn der Enigma? Das Ding wird doch bestimmt irgendwo. Als ob der hier nicht ist. Da ist er ja! Juhu! Enigma! Oh, nur Eidolons, schade. Vielleicht dann den SF? Da muss ich vorsichtig sein. Okay, die ist weg, aber es wird gewertet. War das ein Rage-Kill, weil die Bär gekommen ist und einer gestorben ist oder wie? Okay, den kriege ich jetzt. Reicht das? Nein! Das reicht nicht. Oh fuck, jetzt habe ich ein Problem. Ich bin tot. Dieser scheiß Creep ey! Dieser gottverdammte Creep. Das gibt es doch nicht. Okay. War wohl echt zu früh, äh, die Soul of Sunshine. Mission. Mission set. Der will alles schön, ich mach ihn. Kunkka. Ich gucke noch mal kurz, mal ganz kurz in den Dschungel spicken, ob ich dich nach so einem komischen Typen finde. Bestimmt. Und wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Da ist er ja. Äh, da sollte ich definitiv aufpassen, dass ich keine Scheiße baue. Ja, genau so wie sowas. Der ist mir mit seinen Eidolons noch echt zu gefährlich. Da muss ich aufpassen. Ja, erst den Tower anleiten lassen und dann selber, Kollege. Au. Ähm, ja. Missing Mid wäre ja nice gewesen. Ich habe nämlich nicht immer alles auf dem Blick. Storms were jungled. Respekt dafür. Richtig massiger Witchstock. Aber warte, bis sind noch zwei da sind. Das ist eigentlich richtig clever. Hm, 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 hm. Oh Gott, ich muss diesen Moment. Oh Gott, das hat Spaß gemacht. Würde ich euch auch wärmstens empfehlen. Ich bin setz. Äh, ja. Ist mir auch grad passiert, also werde ich jetzt nicht schütten. Dann muss ich das XP sammeln und dem so ein bisschen auf die Nüsse gehen. So komplett geht das ja nicht. Weil der, wenn er mir auf die Nüsse geht. Ich muss loswerden, was ich loswerden kann. Und er stirbt. Er stirbt. Er stirbt. So. Das ist nicht gut. Wir sind ja schon Level 8. Oder warum ist SF nur Level 8? Kunkka wird noch richtig nervig, glaube ich. Kommt zu mir. Ich muss. Einander ist Sint. Ich bin Sint. Ha, dann ist er. Auwa. Auwa. Oh, das hat sie getan. Auwa. Oh, schau mich an! Nein! Ja, der ist tot. Das ist gut. Ah fuck, den wollte ich nicht. Den nochmal loswerden. Ah fuck, der ist tot. Nicht da reinrennen. Das ist nicht gut. Schlecht. Ist der tot oder ist der tot? Keiner von dem ist tot. Weil der zu doof ist. Witzig. Schon irgendwie echt witzig. Äh, ne Mango. Und das hier einmal, um das in 6 zu werden. Das ist glaube ich dann das schnellste. Ja, der ist tot. Äh, Familie ist tot. Das ist auch doof. Wie gesagt, Micromanagement. Ich bin komplett scheiße darin. Ich kann das gar nicht. Aber solange ich irgendwie irgendeine Hilfe bin. Stimmt, das kann man ja hier nicht kaufen. Ich vergesse immer einen. Ich bin noch, äh, in den alten Stand gewohnt, wo man das konnte. Genauso wie, äh, die Blades of Attack. Die kann man ja auch nicht mehr kaufen. Das ist nervig. Ähm, einmal Mana. Der ist relativ voll. Ah, okay. Warte mal, hier nochmal. SF ist top. Geil, los, ey, los. Geil, los, ey, los. Du bist tot. Ja, gut. Der ist auch tot. Ich würde einen Weißer Doktor jetzt sagen. Heißt, er wird poppen. Mann, Pinglo nicht so doof. Ja, Bottom ist halt Bottom. Hier ist Top-Bomb, keiner mehr. Was hole ich mir denn jetzt eigentlich? Ach so, das Ding da. Das ist gut. Swooping is usual, I see. Euch will ich aber nicht hier haben. Euch will ich da vorne haben bei der PA. Die kann euch viel mehr helfen. Deine Bottom-Tower ist unter Attacken. Better Crawl PA. Das ist eine Serie von Netflix. Oh, fuck. Zu früh, zu früh, zu früh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Scheiße. Scheiße. Die kleine Tower ist unter Attacken. Ich doch auch. Deine kleine Tower ist unter Attacken. Den kauf ich mir. Und Loot. Ne, nicht Loot. Nicht gut. Ich weiß. Ich weiß. Das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon gesehen. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Geh. Ich glaube aber helfen. Ich geh mal mit. Einfach nur der Erfahrung wegen. Und solange wir hier sind, kann mir doch keiner was. Irgendwie gefällt mir das nicht, dass Storm Spirit und Kunker so sind wie sie sind. Sie können, glaube ich, noch gefährlich werden. Ich hab dir den gelassen, damit du den kriegst und nicht damit du hier rumstehst und Image kriegst, Kollege. Okay. Ein von der so, ein von der so, ein von der so, ein von der so, ein von der so. Oh, fuck. Hier. Der ist tot. Das war gut. Ja, fuck. Das war nicht so gut. Micromanagement, ne? Aber das war eher weniger Micromanagement, als ich hätte einfach nur zwei drücken müssen. Nicht weh. Da musste ich gucken. Nicht da. So. Mein Mikro ist nicht die Kamera. Aber, ne? Ich spiel mit eins und zwei und drei und vier. Und steuere die Kamera mit was? So finde ich das komisch. Ja, ich bin, glaube ich, der einzige, der das macht. Die hier, beruhig dich auch mal hier. Aber wir klären das hier unten schon. So, damit ich die schon mal zusammen hab. Ich weiß nicht mehr, wie ich alle markiere. Das hab ich vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie ich alle markiere. Das hab ich vergessen. So ein bisschen als Ort. Und gar nicht die Dinge zu stellen. Aber vielleicht die Hella-Bahn-Alber-Bahn-Steine gesteuert, ja. Dann hab ich auch mal hier her. Dann hab ich schon mal den... ...null Talisman. Äh, mehr den noch Quitsch. Sorry, 0 Tassin war was anderes. Ich bin blöd. Dann so lang... Dann so lange ich... Scheiß drauf, wie Quitsch jetzt hier. In der Zeit schaff ich es nicht. Und hier, wie es geht. Ich will etwas Bild hier sehen, aber das ist gut. Gieß mal da weg. Was ist das hier eigentlich, Stormform? Ach so. Cool. Da muss man ja gar nicht mehr so machen. Das ist ja richtig cool. Holos. Hattache. Ich habe zwei Backtrace. Ich komme auch mal ab. Was heißt Backtrace? Au. Den packe ich mal nach hier und da. Au. Das war nicht so cool. Also doch nicht. Vergiss es. Äh, ja. Rod of Edos. Jetzt mal kurz auf mein Handy gucken. Okay. So. Sagen wir nach hier. 1-6 ist nicht gut. Fällt mir gerade auf. Aber auch nicht das Schlechteste bei den 5 Assists. Hoffentlich. Also dafür, dass Visage eigentlich ein richtiger... ...ner Hero zum Spielen ist, wenn man den nicht kann. Dort Mikro wackelt. Ich sehe... Ich gehe mal kurz mit der PA-Helpen. Was der SF da oben macht, ne? Das ist nicht so. Das gefällt mir auch nicht so. Was? So. Was hat dazu wenig damage gemacht? Also so ohne Flachs. Au, au. Au. Oh Gott. Ja, wir haben Awards. Wir liegen da, da und da. Deine Lippe sind schnauze. Ah Dude, ganz ehrlich, halt die Schnauze. Oh, das wollte ich nicht. Der muss aber auch um die Wards spielen und nicht einfach blindslaufen. Der ist ein bisschen sehr defensiv angelegt. Das ist glaube ich nicht so nötig gewesen. Oh, das hat sich sehr laut angehört. Wir brauchen ein bisschen aggressivere Wards. Das ist aber recht weit. Das ist tatsächlich sehr wichtig. Wir werden eh nicht so weit pushen. Wards da unten. Wackert das jetzt ja eh nicht mehr. Wer gut geworden hat, der. Schon irgendwie witzig. Okay, dann pushen wir Bottom. Der Kunker ist jetzt auch besitzt. Das heißt, wir haben nur zwei Leute. Okay, wir pushen nicht Bottom. Also ich pushel nicht Bottom alleine. Das kannst du sowas von vergessen. Das kannst du sowas von vergessen. SF ist hier. Level 19. Ich kann das nicht sehen. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann das nicht mehr sehen. Oh Gott. Ja gut, ab und so um zu kämpfen. Aber vom Prinzip her pushen kann man damit auf jeden Fall. Das ist das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich habe mal welche gekauft. Ich bin nicht mehr auf. Okay, dann mal los. Oh, ähm, äh, nicht gut. Ich bin nicht mehr auf. Ich bin nicht mehr auf. Ich bin nicht mehr auf. So, der eine Familie. Der wird's jetzt machen. Ich sag's dir. 2-1. Das tut ganz gut, weil wenn Kuka und ein Storm Spirit gegen einen Wizard ist okay. Tut das Schaden? Nö. Cool. Was? Tostum, aus! Tostum, aus! Tostum, aus! Nein, der wird auch heute im Entschluss, nice. Einmal Katzen. So. Viel schöner. Das freut mich. Nein, nicht, nicht, du. Egal. So. Ich möchte einen Token. Sehr, Tote. Das ist gut. Ey, wenn das jetzt funktioniert, direkt beim ersten Mal, ne? Da bin ich glücklich, dass ich den nicht mehr habe. Auch wenn ich komplett scheiße bin. Das war ein bisschen spät. Das war ein bisschen sehr spät. Egal. Okay, Herr Farmen, das ist gut. Direkt rein, ne? Ich habe hier eins. Zack und rein. Direkt hier. Nicht lang schnacken. Drei. Eins. Und rein. Das war ein bisschen cool. Das war ein bisschen cool. Hier zwei auch noch. Hier ein anderer. Macht mal. Ich weiß eigentlich, wie mein Spiel geht. Äh, doch nicht. Ist schon richtig so. Äh, die sind so? Ja. Ich bin richtig mit dem D. Ich mach das mit dem D. So, nicht mehr viel für Rotten. Mit zwei, oder? Ja, das ist nicht schlecht. Ist okay, kann man machen. Puh, perfekte Zeit. Perfekt Zeit, Mann. Ja. So. Das haben wir hier. Schweins. Die können wir schon nehmen. Kommt er tot, oder kommt er nicht tot? Das ist die Frage. Ich weiß, dass es doof ist zu laufen, aber naja. Ich sollte eigentlich noch Platz schaffen für... ...ein paar Towns Portal Scrolls. Mach ich einfach mal schon mal. Aber was ist da? Ist ja jetzt auch nicht schlimm. Ich hoffe, das ist meiner. Ja. Noch nicht. Wie langsam bleibt er an? Das würde mich mal interessieren. 1,32 Wir bauen Pimpern. Okay, Weihnacht. Bitte. Danke. Ich muss mit uns Ich hau noch keine Familias raus, einfach weil ich gleich Level 12 bin. Ich mache mich. Ach, ich habe mich schon. Entschuldigung. Ich habe mich mit uns. Komm schon. Wollt nichts mehr! Wir machen es noch. Da sind, äh, Attacke... Oh, doch nicht Attacke. Mach die Brot! Erfreulich, mach die Brot! Der ist leider am Überleben gewesen. Das hat keinen Spaß gemacht. Warte, 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 warte. Ich krieg mein... Shit. Ich krieg manchmal noch so. Ich brauch nicht am Leben sein, wenn ich farme. So, Rod of Aethos hatte ich dann auch. Komm, Solcrest, why not. Einfach mal so ein bisschen. Alles easy und fun. Soll ja ein chilliges Game sein. Ich habe tatsächlich nicht damit erwartet, dass wir gewinnen. Gerade mit Visage nicht, aber First Strike kann er auch machen. Sieht tatsächlich scheiße aus. Ich gehe mal da ein bisschen, wenn der weg ist, ein bisschen mit dem da oben. 15 ist, XP würde ich sagen. So ist dann schon definitiv. Zwei Ziele, ich sage es dir. Das könnte richtig geil sein, wenn er zwei Heroes trifft. Warum nicht? Einmal in der Tower durchpushen. Die Tower hat fallen. Die enemies, die Tower hat fallen. Das ist ein Schatz. Ich nehme mich, diese aus meinen familiaren Schatten. Die greifen mal den Tower an. Oh fuck. Nicht gut. Ich habe keine Ahnung, wie man den spielt. Vorsicht, Enigma. Und der. Au. Ja komm, gehe ich auf XP? Ist ja auch egal. Wie mache ich denn hier was vor? Ich lebe nach diesem Bild und fertig ist. Das mache ich. Mehr mache ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man den spielt. Ich will nur die Challenge hinter mir haben. War auch klar, dass ich gleich am Anfang den für mich beschissensten Hero kriege. Ja. Weil der macht einfach keinen Spaß zu spielen. Klar, man kann auch witzige Teile haben, aber es gibt witzige. Interessant wird der Invoker. Wo ist er denn? Da ist er. Tod ist er. Unstoppable! Das kann ich auch tun. Und einfach alles durchpushen, was durchpushen geht. Auch pusht da keiner durch. Ich bin hier noch ohne. Die mag auch gerne. Die A tode nicht gut. Die ist in dem Fall. Das ist ja nicht so. Das ist tatsächlich so. Haben wir jetzt gegenseitige Silenz. Das. Nein, das. Ja, das. Das. Der. Der. Äh. Warte lappen. Der ist gut. Hey. Da. 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 Äh. Da. Die Familien sind nicht mit da. Ich bin nicht hier. Schau. Ich bin da. Ich lebe. Ich überlebe. Ich will doch. Au. Au. Aua. Das schade hat mir getan. Ich will nur eine Medaille auf Deutsch haben. Hm. Du wirst dahin, scheiß Kurier. Du wirst nicht dafür bezahlt, um nicht dahin zu fliegen. Du wirst gar nicht bezahlt, aber erst recht nicht, weil du nicht dahin fliegst. Muss man überlegen warum. Der Schildenzer. Der macht sich nicht scheiße. Das ist alles sehr gut. Das freut mich. Da bin ich. Glück. Nee, er ist nicht auf dem Kopf. Er hat sich auf dem Kopf gemacht. Wooh! Allein wegen diesen E-Mounts wird sich das lohnen, dieses Kacke Dota Plus zu holen. Aber monatlich, da bin ich nicht so ein Fan von. Mhh... Divine! Kontrolle. Mein Tag sieht auf dem Weg. Danke. Mein Tag ist immer noch ein Fan von. Die haben nichts, was man Eco-Shellen kann. Deswegen nehme ich lieber... Keine Ahnung, was? Aber Snap ist schon mal nicht schlecht. Komm. Ich bin tot. Ich werde ihn finden. Oh, er kann sein. Nicht Wasser! Dann verstehe ich. Ich bin aber nicht sicher. Auf jeden Fall jetzt einfach werden und fertig ist. Mein Freunde. Mal. Wken! Mal. Wuh! Häh! März! Jetzt weitergehend jetzt jetzt. Mort consecutivehändler waren stand 45. Herr systems bara PS4. Gut! Der auch noch. Der ist hier. Mittel-Tower. Krieg das mal nicht schlecht. Jaja, pinnobst du mich auch. Pinnobst du dich auch selber. Ich werde dich finden. Ich werde dich finden. Und ich würde mal sagen, das ist das. Du hast nicht gewonnen. Du hast nicht gewonnen. Du hast nicht gewonnen. Ja komm hier, die Flüge sind da auch mal. Danke. Oh Gott, natürlich kommen die jetzt. Du hast nicht gewonnen. Ich habe dich jetzt. Schau. Was kriege ich? Okay, Bewegungstempo. Los in die Schnürste. Und ich würde mal sagen, das war's. Das war's. Das war gut. Das hat Spaß gemacht. Und ich würde einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Mit, keine Ahnung wem. Werden wir sehen. Werdet ihr sehen. Einfach der, der nach Visage dran ist. Cool. Cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.